Hallo zusammen, ja, wir kommen zum Entscheidungsvideo, wer denn unser gutes, nein, mein gutes Paketchen gewinnt, und zwar die Querbox Nummer 11, die ich ja mir doppelt gekauft habe und deswegen eine Verlosung gemacht habe. Es haben ganze drei Leute teilgenommen. Es haben zwar irgendwie fast 50 Leute das Video gesehen, aber es haben nur drei Leute einen Kommentar geschrieben. Ähm, ja gut. Ich habe diese drei, wie ihr sehen könnt, habe ich rausgeschrieben und zwar habe ich die Nummern so vergeben, wie, also Macford William war halt der Erste, der einen Kommentar geschrieben hat, dann die Taina Lania, die Shen, äh, und dann der Vlog Dave, deswegen 1, 2, 3. Und, äh, ja, ich habe jetzt hier, wie ihr seht, ich hoffe mal, ja, man sieht den Mauszeiger, ähm, habe ich einfach Random Number Generator eingegeben und ich habe gesehen, dass einfach von Google so ein Ding direkt vorgeschlagen wird. Ähm, ich habe da mit noch nie gearbeitet, aber man sieht halt hier mindestens eins, maximal drei, alles schön eingegeben. Ähm, ja, und ich würde sagen, dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Die Nummer drei, der Vlog Dave hat die Querbox Nummer 11 gewonnen. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, du kannst mich oder ich werde dich, äh, dann informieren, dass du das Paketchen gewonnen hast und, äh, den Rest können wir dann ja über WhatsApp ausmachen, wo ich dir das hinschicken soll oder ob ich dir das irgendwann mal mitbringen soll, wenn du hier in der Ecke bist oder keine Ahnung. Wir werden mal gucken, wie wir das veranstalten. Gut, äh, tut mir leid für die anderen beiden, war eine sehr hohe Chance, dass ihr, äh, gewinnt, also höher als wenn, weiß ich nicht, die 50 Leute, die das Video gesehen haben, teilgenommen hätten. Aber leider hat's nicht gereicht, aber nochmal Glückwunsch dem Vlog Dave. Ja, das war jetzt schnell. Ähm, gut, dann vielleicht tue ich mich ja irgendwann nochmal verkaufen, dann machen wir nochmal. Äh, äh, so ne, so ne, so ne, so ne Verlosung. Mal gucken, also ich hoff's nicht, aber, ja, man kennt mich ja, ne. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinen nächsten Videos wieder. Tschüss! 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 Tschüss!